Hey Leute und willkommen zu unserem ersten Adopt-Me-Video. Und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf den Kanal Roblox Julia. Ich würde sagen, wir machen heute was, traden Leute in einem RID-Server. Und ja, wir wollen am Anfang, also unser Ocean Egg schlüpelt jetzt schon gleich. Ähm, ja. Was kommt? Und, was kommt raus, was kommt raus? Was kommt? Eine Krabbe, wie cool. Oh, ich hab mir schon immer einen gewünscht. Wo ist die? Krass, die ist ja voll süß. Ich liebe Krabbe. Ja, okay, ähm. Oh, wie die läuft. Mach mal lauter. Ja. Ja, wir machen jetzt was Trindert für unsere Sachen halt auch. Oh, wie süß der geht. Oh, wie süß der geht. Ich würde aber nicht klären für unseren Reinder. Mhm. Für eine Krabbe wird das aber relativ nicht machen. Leider. Ne, das ist Ander von uns. Mhm. Oh. Den Frost spüren. Wir lehnen immer ab. Ja, also. Wir trainen dann jetzt ein bisschen. Ja, dann mach mal unsere Krabbe rein. Mach mal die beiden Sachen rein. Mhm. Mhm. I'm right. Wie cool. Wie cool. Das macht sie nicht. Das macht sie nicht. Also, heute wird es nur, heute wird es nur ein kurzes, äh, kurzes Video. Aber das wäre ja total krass, würde ich das machen. Mhm. Macht sie aber leider nur. Oh, ein Right Show. Find ich süß. Mach für beides aber rein. Mhm. Also, heute wird das Video auch nicht so lang. Weil, ja, ich weiß auch nicht warum. Aber, äh, das ist halt unser erstes Adopt-Me-Video. Und das wird auch nicht so lang. Also, die nächsten Videos werden alle viel länger. Uh. Aber, das wird halt auch nicht so lang. Oder, Philipp? Mhm. Ähm. Ja. Wir trainen dann hier noch ein paar Leute an. Und, ja. Ich weiß das, unser von uns. Mach mal noch den Schuh rein. Welchen Schuh? Ja, den. Den, ja, den. Ach man, sie hat auch den. Ja, ist auch klar. Boah, da war Gott ein Meranion-Pet. Cool. Ich mag Neon-Pets voll. Meranion. Nein, das war ein Meranion-Schark oder so. Warte, warte. Da sind andere. Aber nur einmal an Schuh. Ich bin hier im Wasser gelandet. Wusstest du, der Schark schwimmt so, dass, ähm, man nur seine, ähm, diese Spitze von ihm sieht, ne? Wirst du eigentlich ein Cracket für, ähm, oder unser Crab? Nee. Ich auch nicht. Ich hab so lange gewartet, bis der Crab rauskommt. Mach doch mal unser, ähm, mach doch mal... Rainer? Ja, mach doch mal unser Rainer raus. Rainer. Boah, wie viel der machen muss. Oh mein Gott, da ist ein, äh, Flypad. Ein Flightable Unicorn ist das, glaub ich. Also nächstes, ähm, nächstes Mal werden wir uns auch so eine App installieren, wo wir auch die Videos besser schneiden können und wo wir, ähm, halt auf, äh, den Bildschirm halt teilen können, sodass ich nicht mein Handy halten muss. Ähm, ähm, ja, und halt das halt so zu filmen. Oh, ein Ground Slot. Ein Ground Slot, ein Narwal. Oh, wie süß, ich würd total ein Narwal. Ich würd unseren, ich würd den Narwal für die Krabbe. Mhm. Und das macht der dann halt nicht. Nee, das stimmt. Will der Narwal viel wert haben? Äh, äh, nein, hat der nicht, aber... Doch. Äh, nee, aber der Narwal... Warte. Ich find die Narwale voll süß. Ich werde mal ein bisschen. Ähm, eher. Ja, wir werden demnächst auch, also wir kriegen, dann nimmst du auch vielleicht Rebugs. Also wir haben ja keine Rebugs. Und, ähm, ja. Ist das wirklich anders? Ja. Oh mein Gott, wenn sie das macht. Aber sie macht bestimmt ihren, die Pets weg, ne? Dann mach bitte, bitte, bitte. Mann, ich will den, ich will so gern Narwal haben. Die macht den Narwal weg. Wetten, oder? Mhm. Die macht den Narwal weg. Oder den Slot. Nee, den Ground Slot. Ich find die Ground Slots, die kann man halt auch nicht mehr kriegen und boah, wenn sie das macht. Ja, cool. Mach sie aber nicht. Nee, oder? Ja, aber klar, aber klar. Sie hat abgelehnt. Ein Jock. Ein, ein Rocky. Ein, ein Cerberus. Cerberus. Wie süß. Warte. Warte, mach, mach unser Ranger bitte weg. Ich liebe ihn. Das definitiv. Aber das macht die Reden. Wer macht das? Bitteschön. Wer? Nette Menschen. Ja, und wenn wir... Die gibt's in der Dome aber nicht. Doch, doch. Das war Spaß. Ähm, ja, wenn wir auch Rebugs haben und sowas und halt auch viele Pets, dann verlosen wir auch noch was. Das macht sie nicht. Nie im Leben. Safe, oder? Auf einmal. Wäre so nett. Och, ey, du doch bitte nicht. Guck mal, wir wollen dir einen Ranger dafür nicht geben. Auch wenn's fair wär. Ja. Aber Reinde ist halt einer meiner Dream Pets. Aber... Mann, wir sind so unfair. Aber es ist auch ein bisschen schwer, halt wenn man nicht so viele Pets hat, Pets halt so machen. Ja, mach mal noch viel rein. Äh, he, he, he. Bitte mach, ich will nur deinen Cerberus haben. Wir wollen nur den Cerberus. Der ist so süß. Ja, da macht die Krabbe weg. Ach, lehnen ab, lehnen den. Entschuldigung, mal ab. Wir können uns eh dieses Herz da holen. Okay, bitte. 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 Das war's jetzt mit dem Video, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.